und was geht bei mir gibt es einige jetzt und zwar fahr ich jetzt nach hamburg zu zweitens hochquartier wenn man neues großes und endlich mal wieder käme weiter und uwe sehen habe auch schon geile video ideen die ich machen werde mit dem und machen noch auch zusammen noch andere videos auf deren kanal noch mein kanal und ein special gas neue athlet ist dort am start und der wird euch natürlich dann auch gezeigt und ich wünsche jetzt viel spaß mit diesem video hier habe ich dritte für die fahr 50 gramm haupt und instant float instant oats meine ich nicht float und 40 gramm milchreis sind weil wir ein bisschen milch hier habe ich dritte 150 gramm reis roh gekocht gewogen und eine banane und 200 150 gramm ticke so freunde im hauptbrüche angekommen es ist echt riesen riesen riesengroß wo ich jetzt mal was vor einem jahr und anderthalb jahren war so ein kleines büro jetzt ist es woanders und viel 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 größer sind hier schon riesengroß viele bezüglich am stadt wo jeder irgendwo daran arbeitet so machen wir jetzt hier nach dem shooting wahrscheinlich der immer da kommt dann der neue atlet hin werde ich euch natürlich auch noch zeigen wer neu erlebt sein wird mega nice freue mich schon drauf auf jeden fall ist ein geiler typ auch schon ein langjähriger freund von mir und freue mich dass er auf jeden fall ins team kommt jetzt auch ein großer atlet ja man hier haben die gestern auch noch geshootet für black friday mega geil gemacht gestern mit greenscreen und sowas alles hier ist ihr denkbüro wo ich alles hasse und nachdenken hier ist glaube ich auch sowas in der art ja hier ist ihre küche ich will hier kommt hier rein jetzt richtig nach asia weil die richtige asia maria frau haben die jeden mittag und glaube ich auch noch zum feierabend hin für die kocht mega mega geil feier ich so hier ist fette massagestütte also richtig richtig gut die massagestütte ja toiletten sind hier am start so dann gehen wir hier mal rüber zack ich glaube hier ist das büro von den von uwe und co yo echt riesen riesengroß mega nice respekt auf jeden fall boxautomaten hier am start richtig chillig rekord brechen ja weiß ich doch hab's noch nie gemacht heute das erste mal ja man hab ich nie getraut weil weil immer sind hier so eine kante decken die ja auf jeden fall ja du kannst es ja weißt du wenn du wenn du so ein boxautomaten stehst da bist du gute kante und alle denken ja du musst doch leider den rekord brechen deswegen habe ich nie gemacht weil es das safe nicht machen werde den rekord dann bist du direkt unten durch weiß ich nicht oder kicken aber schlagen kannst du auf jeden fall sieht nicht komplett scheiße aber zwei zwei genau klarer für die sie so was macht unsere grafiker wenn auch wirklich jetzt kein scherz machen wirklich mal ganz entspannt die ruse geht kaputt und die fahrer hin die ist ja schon kaputt ja da musst du richtig gewicht aussetzen hüpfe hüfte rein alles schnelligkeit ich glaube wir wissen immer noch nicht was ihr wirklich was du von uns willst schnelligkeit beschleunigung kraft solltest du sein lassen so freunde ich werde jetzt den neunathleten ankündigen viele haben schon geschrieben auf instagram das ist diese person sein wird ich habe immer geschrieben keine ahnung ich weiß von nix mein namen ist hase ich weiß von nix aber aber viele haben ja typisch hin und herguckte stories wo er gerade unterwegs ist oder unterwegs ist auf einmal bin ich auch unterwegs und andere sind auch noch unterwegs an dem mann kann man sich eins zu eins zusammen rein und ähm ja ihn selber kenne ich schon wie lange kennen wir uns schon Digga ich glaube sechs sieben jahre safe safe so lange und intensiver aber erst zwei drei jahren erst er und ja wo der ist genau der neue athlete da was geht was geht was geht wie geht's dir man super wie geht's dir wie geht's bestens man außer jim zuhaar natürlich aber sonst alles gut ey ich wollte ja auch im jim aufmachen auch im januar märz so ne ein glück habe ich nicht gemacht da schon richtig glück und glück ja aber so überleg mal direkt aufgemacht in sechs monaten drei vier lockdowns ja tschau ja man weiß nicht was zukunft bringt ne wie die politiker oben denken werden ich hoffe dass da ja dass das theater irgendwann mal in der an ja mann wie gesagt ihr könnt gerne zu uns vorbeikommen wochenende mal in der woche ja seid ja flexibel denke ich mal jetzt aktuell wieder schon ja natürlich ja normalerweise sehr viel zu tun aber jetzt kannst du auch nicht so richtig content bringen ich weiß gar nicht was interessiert euch schreibt mal in seine kommentare was euch interessiert dann checke ich das mal aber auf jeden fall haben die schmischen schon mal geschrieben dass auf jeden fall mal ein posingbattle sehen wollen von uns beiden ja ich glaube ich glaube rücken ballerst du mich auf jeden fall weg im rücken rücken ist echt meine schwäche bro komplett 20 kilo mehr als ich ja ich bin noch ein youtube video ab extra noch mal eins mit seppi und weiter netty or stuff ja und abonniert das wenn ihr das seht dieses video so ist auch so natürlich und auch zu ihm hingehen aber meine folge kennt euch alle ich kenne ich alle schon aber wer nicht hat trotzdem hingehen zu ihm so box-challenge beginnt wird natürlich auch heute das kanal sehen mein nicht wo du machst du auch mit ich weiß ja genau das ich laune und so machen wir lieber mit machen über fuß aber soll ich das nicht erst mal so probieren oder soll ich gut mach einfach tritt einfach gegen oh man fingers kaputt gemacht rekord getroffen ciao er lebt was du bist jetzt nebenbei noch anzeigen und so mal oberkörper frei riko oder schulter an Das war ein bisschen mit drauf gehauen, jo. Echt jetzt? Jetzt wirst du so eingeschlafen, einen Mann an der Hand. Stell dir auf den Klo und anieren. Und anieren? Das ist ja noch ein Schlimmer, kriege eine Verhärtung am Abend. Aber wir waren ein bisschen gegen das Metall gehauen. Scheiße, Mann. Das ist jetzt der fünfte Mann. Ich wollte noch ein bisschen ausprobieren. Zwei haben wir noch. Echt jetzt? Ich glaube, guck mal euch, was ist hier los? Guckt sie dir an. Scheiße. Der ist irgendwie nicht Schiri. Ja, genau. Das ist der Grund. Guck mal, die zwei Kröchter hier. Guck mal Leute, wir sind beide verletzt hier. Wir sind aber noch nicht fertig hier, Jungs. Du musst noch und dann haben wir noch jeden. Sushi on mass hier am Stisse, mein Käse, mein Käse, mein Käse, mein Käse. Moin. So, zu Hause angekommen jetzt. Bin easy, mit 150 kmh. Stunde 20 durchgekommen durch Hamburg. Von Hamburg nach Frechter. Und direkt zu Subway. Oder haben wir uns eigentlich Sub geholt. Für meine Schwester und Co. Und eigentlich wollen wir noch trainieren gehen nach dem Sub. Vielleicht mach ich das noch. Weiß noch nicht. Den mal eher nicht. Weil ich hab mir beim Boxautomachen richtig hart weh geteilt. Hab da jedes Metallstück gehauen. Das tut mir jetzt aktuell weniger weh. Mal gucken, ob es morgen früh geht. Und versuch mal ein Body-Update zu machen. Wie ich ungefähr mit 109, 110 kg aussehe. 3 oder 4 Wochen jetzt nach dem Weckkampf quasi. Und ja, versuch halt diese Form zu halten. So aufzubauen. Mit 4, 5, 5.000 Kalorien täglich, die ich esse. Und versuch natürlich jetzt überwiegend clean zu essen. Immer noch mal Gemüse reinzukriegen. Und alles drum und dran. Und ja, erstmal gleich zeige ich euch die Subway-Eskalation. So. 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 Freunde. So. 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 Soße. So. It's a little besar so how you gothal tired. So. Now that is the world. Go ahead. Down there and the inside family�fford. So the larger thing meng allemal, and as my health. 109,2 Kilogramm und in London war ich 101 Kilogramm und in Polen wäre ich ungefähr bei 98 Kilogramm gewesen. Und ja, ich bin nochmal ziemlich gut drauf gekommen, natürlich Wasser, ein bisschen Fett, bis zum Weckkampfen oder seitdem ich bis heute immer so meine 4, 5, 5, 5 Marien gegessen, manchmal auch 6.000 Marien gegessen, manchmal ein bisschen exklusiviert am Essen, aber ich glaube vom Schäden wieder kaum mit arbeiten, denke ich. Irgendwann fühle ich mich mega gut prall. Ja, da haben wir ein bisschen Beine, ich bin die 100 Seiten. So, das war es auch schon mit dem Vlog von Hamburg. Aus der SmileDogs Hauptmann hier und von zu Hause und ja, wie gesagt Freunde, ihr könnt mit Riko 10 10% sparen auf SmileDogs und Freunde, ich würde mich gerne um eure Unterstützung freuen, 22.00 Uhr, genau ab 0 Uhr, der Sonntag, ist die Black Rush Weekend bei SmileDogs bis zu 18% Rabatt mit Riko 10 und ja, ich würde mich freuen, wie ihr meinen Kopf benutzen würdet für den ganzen Support und ich danke euch jetzt schon für den ganzen Support. Auf jeden Fall, wir gehen da oben, Vlog aktivieren und ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht, bis zum nächsten Video, Peace! Auf jeden Fall, 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 auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.